Ja und willkommen zu einem neuen Video von KKV. Maurice nimmt mal wieder auf. Wir sind hier auf Hypixel, spielen ein bisschen TNT Games, TNT One. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mein Internet abspacken, lasst euch dadurch aber nicht mehr spielen. Maurice, gleich willst du wahrscheinlich FPS-Dwarfs kriegen? Und zwar jetzt? Nö, es geht eigentlich. Also ich bin doch nicht runtergefallen, ich dachte verdämmt. Also es geht hier jetzt nicht in Grenze, ne? Maurice, jetzt sollten wir die Tagesregel. Joa, wir dürfen kein E sagen. Ich hab's gesagt. Spricht der Buchstabe. Wir sagen das ab einer bestimmten Zeit, würde ich sagen. Also jetzt nicht schon ab sofort, sondern ab jetzt. Ich bin cool. Das ist souverän mit Ä. Ich bin ohne Falle. Du lügst. Nö. Ich bin die Ich kann dich schon angucken. Gucken. Allah. Allah. Also jetzt Allah. Allah. Allah, inshallah. Wollah, Palama. Bist du schon ganz unten, oder wo bist du hier? Na, ich denk mal, ich bin noch auf deiner Ebene, gell? Scheiße, ich heiße auf das E, Alter. Das ist viel zu schwierig. Joa, stimmt schon. Du kannst auch Double Shump machen, ne? Indem du zweimal Ertas dir benutzt. Ich lass es lieber sein, bevor ich noch dadurch runterfalle. Okay, so geht das. Okay. Geht aber, also. Ich weiß schon. Das ist schon nützlich, ne? Scherz gelangt. Scherz gelangt. Lutzelöse. Es sind noch 14 Leute, ne? Es sind schon 10 Leute vor uns gestorben. Schon heftig. Also ich hab hier, hier und da, wirklich FPS Drops, muss ich sagen. Ja, mir geht's echt voll klar, muss ich sagen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, halt zum Maul. Hallo. Scheiße, ich bin tot, gell. Ich bin hier noch ein bisschen am Rennen. Am Schampen. Am Dark Schampen, gell? Ach, Mann. Bist du noch ganz oben? Jetzt bin ich direkt ganz unten. Na, das war scheiße. Ich bin praktisch von ganz oben nach ganz unten gefallen. Wir können aber auch so... Ich fand die Runde ganz klinikal. Das war schon souverän. Souverän, okay. Dann, äh, wollen wir uns auch verabschieden damit von dem Ferio, gell? Und das mit dem E hat nicht funktioniert, dass wir uns aber im Vorhinein klar, weil E einfach die meistbenutzte Silbe im Deutsch ist. Im Deutsch ist? Alter, hier hast du an der Pedrino. Das kann ja wohl jetzt viel Spaß sein. E ist doch keine Silbe. E ist eine Buchstabe. Einfach Buchstabe? Okay. Das ist mit A, oder? Schießlocken. Mal schauen. Schießlocken. Ich glaube, ich werde einfach mal in die Beschreibung hauen, was der meistbenutzte deutsche Buchstabe ist. Also im Deutschen halt. Hat ein Kreuz, gell. Das ist wohl der meistbenutzte Buchstabe. Da hast du recht, Kevin. Tschüss. Schieß, gell. Tschüss. Musik. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.